Was ich gefunden habe, sind die mysteriösen Orte von halb einem Jahr vorhin. Vielleicht versucht er mich zu manipulieren. Ich liebe es, andere Spieler zu spielen. Was tun Sie da? Ich habe hier genug Spaß gemacht. Ein Weg nach außen hin. Mir würde gesagt, Sie dürfen das nicht tun. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Vielen Dank für's Hören. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist das? Was sehen Sie hier? Tja, immer noch gut. Und deswegen sollten Sie doch am besten Bescheid wissen. Au! Bis bald! Ähm... Ja, ich werde mich wehren, sobald Sie zu handgreiflich werden. Okay. Bestand. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Bitte schlagen Sie mich hin. Nicht auf den Hell. Hey, ein Sturmschrotflitter. Cool. Hey, noch einen. Oh, okay, ich nehme Sie nicht mehr so lange. Tut mir leid. Ich nehme Sie beide. Nein, ich nehme Sie auch die andere. Okay, danke schön. Danke. Sehr schön. Ich könnte besser werden. Wieso überlangen Sie sich damit? Hm. Von irgendwo habe ich doch was gehört. Hey! Ist da einer? Gent, schauen Sie sich mal das an. Ja, wo? Was ist das? Pinsi? Zum. Pinsi! Pinsi! Das hört eine Menge aus. Geht schneller und ist effizienter? Oh, da hat uns wohl auch noch geholfen. Oh! So. Ist schneller und effizienter. Gut gemacht. Danke. Gut gemacht. Danke für draußen! Danke. Munition! Hell ja! Bei dir auch? Ja! Hm. Aber zum Teufel geht's hier raus. So, sind wir mit. Ja. Ist warm, alles okay? Ich versuche nur meine gelenkig... Ah, sie haben uns erwartet. Und oben. Ich sehe ihn von oben. Oben ist ein... Oh, fuck. Da oben. Oh. Oh. Ich das hasse. Was? Naja, sowas. Was? Frontalangriffen. Aha. Das ist gar nicht mein Geschmack. Sehr barbarisch, nicht wahr? Ziemlich. Sie sollten hintertwege... Oh, okay, verzeihung. Tja, ich war immer noch... Ich war immer noch überrascht, wie stark dieser Kick eigentlich ist. Hm, sie haben uns nur mal drauf müssen, ne? Hm, sie haben auch. Ja, danke. Dafür, dass sie das Ganze wegstecken. Sie haben eine ganz schön harter Panzerung nicht mehr. Ja, ja. Du wurdest ausgebildet, sowas durchzustehen. Lass das mit Schläger auf den Hinterkopf. Kein Problem. Ja, das könnte besser sein. Sehr geehrte. Hm, sie klingen ein bisschen wie... Wie wir. Wir haben ein bisschen das zu tun. Ah, genau deswegen hasse ich Frontalangriffe. Ach, dann sehen wir nach Unterrahmen. Finde mir, wo du bist, bevor du schreitst. Kommt mir leid, mir so. Sie können ja... Sie können dieses Instant-Dings, ja? Kann ich ja. Dann kommen Sie mal mit. Ich bin schon dort. The Hall has been compromised, prepared to evacuate immediately. Hi. Thanks. Tür öffnen. Ja, warum? Nein, ich kann nicht. Können Sie nicht. Damn it. Das sollten Sie mal lernen. Das wurde mir nie beigebracht. Tür öffnen. Können Sie wenigstens Schuhe binden? Ich habe Kläffeschlüssel. Ich weiß. So. Äh. Eine Kiste. Däh. Wohin lang? Ich bin gerade irgendwie nicht planlos. Erla. Kennen Sie das Schiff nicht besser als ich? Ja, deswegen glauben Sie mich. Es war. Natürlich. die anderen zwei in Bremsen, das weiß ich grad gar nicht hoffentlich oh oh es müssen sich die beiden die sie einfach hier stehen ja ich wusste, dass sie hier aufs Haufen würden ne na na pff ich wusste, das war ne gute Idee, Pants anzuziehen und mir gleich ja, das war ne gute Entscheidung außerdem stehen die Hosen eben klasse ich mach aber ein kleiner Milch hm na Vorsicht, der Dampf tja, also wir gehen nach Haufen ganz schön, gefällt mir dieses Instant Trance Mission mhm, au oh oh so boah so, äh ein Blem, ein Blem, ein Blem, ein Blem, ne also ich weiß noch wo eins, Achtung kommen sie her äh 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 ist sie schwarz? oh nein bin ich nicht wir sollten langsam von nicht verschwinden ne bei na wo oh 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 es fängt so an richtig zu sinken ja auf oh Auf schnell gut auf Schnell, laufen Sie vor mir. Ich hab's gleich. Kommen Sie. Moment mal, warum bist du mir nicht flürf, die der geht umgekehrt. Hm, keine schlechte Demis war. Halt Sie sich fest. Vergessen Sie es. Ich bin schon hier. Okay. Was ist Plan B? Ja, die Torpedos. Alles klar. Komm mir aus. Oh oh. Hä? Ah, jetzt. Instant transmission. Oder? Oh Gott! Oh shit, das hat jetzt ein Pain. Wo bist du? Ich will weiter. Agent! Ich komm, er hat nicht du. Oh, mir ist jetzt kommt gleich noch dieser eine Troll mit dem. Oh ja. Auf geht. Okay, ich bin schon da. Ja, ja. Ich weiß nur nicht wo lang. Aha. Hier war kein Emblem, oder? Okay, ist eins. Ich hab's gezeigt. Okay. Ich glaub den mal. Wo bist du überhaupt? Ja, das Ventil! Das war auch. Ja. Kennst du uns denn nicht dabei darüber? Instant transmission? Tut mir leid, ich kann das noch nicht. Ist das möglich? Völlig ist es möglich, wenn man die Technik nicht gemeistert hat. Weilen Sie sich. Wir wissen, ich kann keine Ventile benutzen. Ja. Bin ich überhaupt richtig. Kommen Sie, Agent! Ich bin hinter Ihnen. Können Sie aufhören jedes Mal? Ah, nein, machen Sie kurz. Kommen Sie mit! Springen Sie! Orerspielt nicht! Oh, 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 oh! Weilen Sie sich! Oh, oh, ho, 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 ho! Wollen Sie sich! Eh, ja! Ah! Und ich würde ich ja überleben mit meiner integrieten Tauch aus dem Sinn, aber sie nicht. Wollen Sie nicht da eigentlich machen? So, wenn Sie wollen? So, wenn Sie wollen, können Sie meine Rüstung treiben? Ich werde hier ja nicht besaufen, was es ist es jetzt! wieso bei den Siebeln ok die sind ein bisschen unheimlich das werde ich oft versichert sie mich jetzt keine Ahnung was die hier machen ich war doch noch sie ich hatte so was kein schlechter Krieg ok wo haben sie das gelernt ähm das darf ich nicht sagen mein Boss ist ziemlich begabt an solchen Dingen außerdem habe ich ja irgendwie ein natürliches Talent dafür Freak wieso höre ich das so auf zu hören in letzter Zeit naja weil sie in dieser ganz Körpers Bergops Ausrüstung rumlaufen ich kenne ich ich kenne nichts anderes und sie wenigstens eine gescheite Frisur ich denke schon oh das sieht lustig aus will ich aber nicht anlegen nein ich bin allergisch gegen den Bienen dritte Semblem weißt du noch das andere? mhm das letztes also das war es nicht ah 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 Agent Agent oh ich kann nicht ist kein Insekten Spray oder so ja es war ich weiß nicht jetzt hier wenn man nicht drauf geht na du bist auch ein Stirbmodus ja oh Agent nein gehen sie weiter warte mal ist das irgendwie unlogisch wie kann durch deine Kickass Armor überhaupt Bienen dir irgendwas an tun genau gesagt ich bin allergisch gegen Bienen äh ich fang an zu vibrieren ich auch okay jetzt hat er aufgehört warum überhaupt weiß ich nicht warum überhaupt weiß ich nicht oh komm mal da schon okay es ist auch was töten du lass ich nur ihn war klar ich weiß nicht wie ich Bienen mit Pfeilen verletzen soll ich weiß nicht wie ich Bienen mit Pfeilen verletzen soll ja wir haben die vierte Königin war kein Problem sehr schön gut gemacht danke was ist ich wollte dich heilen aber ich war geheilt deswegen konnte ich dich nicht heilen oh so wo geht's denn lang hier nicht hier scheinbar nicht hier scheinbar ich kriege warm ich kriege warm das Boot kennst du das Boot auch von oben bis unten ausländisch wenn ja dann solltest du eigentlich keine Probleme haben hm müssen sie mich nachschauen ah das macht's leichter bis morgen warten sie warum benutzen sie nicht ihre Insel-Scheins-Mission ich muss das auch sparen für brenzliche Situation hm ok gut es wird mehr als eine Handprint um das zu operieren ich muss die Kraft um die Kraft um die Torpedos zu verbrechen immer diese Painlinien ja wem sagen sie das hm hm was ist das hier eigentlich anyway was ist das hier eigentlich anyway der Maschinenraum und dieses ganze U-Boot was soll das da hier war manche anscheinend der Kontrollraum hm ah ach so naja ich hau ab ok klick hm hh hm 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 um im Moment und denn ist er muss sagen ich kann keine Hebel beträtigen ja in uns zur Seite aus herzlichen Städtchen aus sie haben So viel Koxing muss ich machen. Der Sub ist fertig. Zeit für einen grössigen Ausdruck. So, warum? Hm? Mhm. Wo sehnst du? Können Sie unter was zu sprechen? Ja, ich hab den Hellmann. Ah, ich bin nass. Sie sehen sich sehr gut aus. Freak. Vielen Dank. Erstaunlich. Das ist nämlich unverwesend. Nicht nur das, ich bin gerade ziemlich unverwesend. Ich bin nicht damit beschäftigt, den Weg zu finden. Alles klar. Ich frag später vielleicht noch. Nein, tun sie nicht. Ich kann nicht was zu reden. Ich bin nass. Oh, ich bin nass. Oh, ich bin nass. Oh, ich bin nass. Satt. Wie gefällt dein Ton nicht Freundchen? Satt. Ich muss alles getan sein. Ok. Power ist zurück. Oh, was ich mich so auch Fein Schatten Oh, wie bleib Oh Hab ich Hab ich Hab ich nicht Interessante Geschichte Ich möchte ein paar Fakt-Checken machen, aber ich arbeite nicht für Szenen Ich habe nichts, was ich mich für Ich weiß, was ich mich für Ich weiß, was ich mich für Alles Ich weiß, was du für Ein Welt des Chaos Wer ist das? Ich weiß, was ich mich für Erkennen sie nicht Natürlich Und wer ist das? Wenn du mich so gut kennst, solltest du keine Validation brauchen Ein Welt des Chaos Nicht Nummer 1 auf meiner Liste Aber es hätte mir nicht gesehen, dass ich mich für Also bin ich Ich bin mir leid, Arjen Kein Problem, achtet mich No Ich bin mir leid Ich weiß Ich bin mir leid, ich bin mir leid Ich bin mir leid, ich bin mir leid Beine hotels So Ich bin mir leid, ich bin mir leid, ich will je nachordnen Weру auch ich bin wir kennen wir sind ich bin los es ist auch die erreichend das macht sich so was auch können Rost in Peace Agents. Oh, du hast mir eine Hilfe. Psychopathischen Agenten. Hast du dir das ja gelohnt? Hä? Hast du dir das ja gelohnt? Ja. Ja, was willst du damit? Die USA wird einen Bio-Terrorist-Attack beurteilen. Nachdem, nachdem, nach China ... ... die Menschen, die alle um die Welt über die Welt beurteilen, werden das gleiche Fehler beurteilen. ... und die Hand der Neu-Umbrellas, E.T.A.W.A.M. Das hat ihm voll nichts zugehört. Was war was? Das hat ihm voll kurz gelächelt und was war was. Das war was. Oh fuck, ich hab mich erst nachschlägt. Hm. Ja. Ja. Mach's gut, Agent. Du brauchst mir eine Hilfe. So halb. Was für ein riesiger Torpeil. Hm. Bestimmt da drin, HHGTV. So und so ne Popcorn-Maschine. Ma ... Massage-Sessen. Ich sag so ne Heimkino und ne Bowling-Bahn. WTF B? Hä? B? Die Zeit, oder was? Final 2? Oh mein Gott, C! Okay, okay, okay. B. Ah, Mann. Ich glaub Capcom hat extrem was verkackt. Stell dir vor, eigentlich müsste ich alle Gegner besiegt haben. Ja, natürlich. Stimmt, jetzt haben wir uns die geteilt, deswegen ist es ... Ja, 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 ja. Ich glaub Capcom hat ... Er hat Capcom echt nicht daran gedacht? Ja, ja ... Vermut ich nicht, weil er so gesehen, der Agent ist an sich übelst ... Äh ... Äh ... So ... Ist ja eigentlich irgendwie hineingekattet, weil ... Ich kann keine ... Mhm. An sich, so gesehen, bin ich nicht da, weil du kannst ... Du, du musst alles tun. Stimmt. Stimmt an sich da ... So ... Wenn du keine Gegner getötet hättest, dann hätt ich ... Wär's Aran gewesen. Genau. Und ich hätte halt C, oder D. Okay. Ja gut, scheiß drauf. Ja. Mhm, ne gute Komplettierungszeit. Aber sonst egal, wir haben ... Wir sind kein einziges Mal gesch- Nevermind. Äh ... Aber die Präzision war immerhin gut. Mhm. Ab so viel, du bist nicht gestorben. Genau. Und ich bin eh nicht kaum. Genau, du bist nicht gestorben. Na gut, Leute. Bis zum nächsten Kapitel. Bis zum nächsten Kapitel, ja. Bis zum nächsten Kapitel, ja. Ciao, ciao.